Und dann alles darauf geführt hat, wie beansprucht er war mit Familie und Beruf. Sie ist über etwa sieben Jahre neben meiner Berufs- und Abgeordnetentätigkeit als junger Familienvater in mühevollster Kleinarbeit entstanden. Also das ist ja ein Phänomen, was mich immer wieder verblüfft, dass die Menschen einfach schlicht abstreiten, dass sie irgendwas getan haben, auch wenn es evident ist, dass sie es waren. Auch da ist das Schlimme eigentlich. Gar nicht mal, dass da jemand Fünfer hat gerade sein lassen, sondern dass man nicht dazu steht. Christian Wulff hat die Frage, die ihm als Ministerpräsident gestellt war, nicht vollständig richtig beantwortet. Weil Sinn der Frage war ja, rauszubekommen, ob möglicherweise eine Abhängigkeit bestanden hat zwischen dem Ministerpräsidenten und einem Geldgeber. Es gibt auch Menschenrechte selbst für Bundespräsidenten und auch deren Freunde, deren Angehörigen. Und ich möchte nicht Präsident in einem Land sein, wo sich jemand von Freunden kein Geld mehr leihen kann. Die Dimension dieser einen Frage oder dieser einen Finanzierung hätte nicht, wäre meines Erachtens, ist ja auch nicht vergleichbar zum Beispiel mit dem Spendenskandal und mit anderem, weil es einfach nicht die Größenordnung hat. Es ist erst die Summe dessen, was dann nach und nach öffentlich wurde. Ich würde sagen, er war den Belastungen des Amtes nicht ausreichend gewachsen und er hat, was sich selbst und seine Politik betraf und seine politische Laufbahn und das, was sich darin ereignet hat, nie überzeugend verteidigen können aus dem Amt heraus. Ich trete deshalb heute vom Amt des Bundespräsidenten zurück, um den Weg zügig für die Nachfolge freizumachen. Vielen Dank. Müssen Politiker immer die Wahrheit sagen? Also ich glaube, dass der Wähler schon das Recht hat, die Wahrheit zu erfahren und nicht belogen zu werden. Das Volk hat immer Anspruch auf die Wahrheit in der Politik. Das heißt, der Politiker ist verpflichtet, den Menschen, den Wählerinnen und Wählern, die Wahrheit zu sagen. Muss denn ein Politiker immer die Wahrheit sagen? Ich würde den Anspruch erheben wollen, ja. Also in zentral wichtigen Fragen sollte er schon machen, weil sonst funktioniert dieses ganze Gefühl einer Demokratie, Demokratie, vor allen Dingen einer parlamentarischen Demokratie, nicht. Die Renten sind sicher, ja. Deutschland ist BSE-frei. Ich bin meinem Herrgott dankbar, dass ich nicht unterrichtet gewesen bin. Dieses Wort gilt. Auch wenn das Wachstum im kommenden Jahr schwächer ausfallen dürfte, so kann von einer Rezession keine Rede sein. Ich bin meinem Herrgott. 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 Wir sagen den Sparerinnen und Sparern, dass ihre Einlagen sicher sind. Auch dafür steht die Bundesregierung ein. Es war teilweise ein Bluff, weil natürlich die Bundesregierung sie eigentlich nicht sichern konnte. Nein, es war kein Bluff. Es war kein Bluff, weil sie gesagt haben, die Spareinlagen sind sicher, wir stehen dafür. Wir stehen dafür gerade, dass dieser Staat hier eine ordentliche Finanzpolitik macht und sie können sich darauf verlassen. Und die Menschen haben sich darauf verlassen, weil sie sowohl Steinbrück als auch Merkel vertraut haben, dass sie sie sicher durch die Finanzkrise bringen. Insofern alles richtig gemacht. Gut, hätten die Bürger aber das ernst genommen und denen am nächsten Tag zur Bank gegangen, dann hätten die beiden Kanzlerinnen wie Finanzminister doch arge Schwierigkeiten gehabt. Die Aussage, ihre Spareinlagen sind sicher, sollte ja nun gerade bewirken, dass die Leute nicht zur Bank gehen, sondern dass sie Spareinlagen da lassen, wo sie hingehören, nämlich bei den Banken. Ja, ich möchte gerne unterstreichen, dass in der Tat in der gemeinsamen Verantwortung, die wir in der Bundesregierung fühlen, wir dafür Sorge tragen wollen, dass die Sparerinnen und Sparer in Deutschland nicht befürchten müssen, einen Euro ihre Einlagen zu verlieren. Also wir haben ein privates Geldvermögen in Deutschland. Also damals war es auch schon bei über vier Billionen. Also das ist fast das Doppelte der gesamten Wirtschaftsleistung eines Jahres und natürlich damit das x-fache der Steuereinnahmen. Also im Grunde hätte der Staat das nicht können. Und deshalb haben sie ja nachher dann auf meine Anfrage hin im Bundestag gesagt, ja die Kanzlerin hat das nicht rechtlich, verbindlich gemeint, sondern politisch. Also es war eine politische Aussage, dass sie es gerne so hätte. Und ich sage hier noch einmal, diese Erklärung gilt. Ausführen in Luxemburg zusammensaßen, hat Spiegel Online eine Meldung veröffentlicht, dass wir in Luxemburg zusammen getroffen werden, um über den Austritt Griechenlands aus der Währungsunion zu reden. Hätte ich aber diese Meldung sich weiterentwickeln lassen, dann hätte dies, weil die Finanzmärkte waren in dem Moment überhaupt nicht geschlossen, zu sehr erheblichen Verwerfungen geführt. Da hatte ich zehn Sekunden Zeit zu entscheiden. Dann sehe ich jetzt ruhig zu, wie sich ein Desaster an den Finanzmärkten heranbildet oder dementiere ich die Sitzung, habe ich das gemacht. Tut mir leid, aber es verbessert sowas umgekehrt. Der Juncker hat völlig recht gehabt, da waren einfach die Interessen, die allgemeinen Interessen, die waren weitaus wichtiger und sind als wichtiger eingeschätzt worden, als das singuläre Interesse jetzt betreffend den Journalisten oder auch der Öffentlichkeit. Wenn man schon eine Krisensitzung einberuft, muss man auch dafür sorgen, dass sie nicht bekannt wird. Ja, es ist so. Davon kann ich ihn nicht freinehmen und seine Finanzministerkollegen. Das muss dann gesichert sein. Einerseits sagen Sie, Politiker müssen der Bevölkerung die Wahrheit sagen. Aber dann gibt es Situationen, die so wichtig sind, dass die Bevölkerung offenbar keinen Anspruch hat auf die Wahrheit. Die Bevölkerung hat ja gar nicht gefragt, sondern ein Journalist hat gefragt. Der Journalist ist ja nicht die Bevölkerung. Sie müssen ja nicht jedem Journalisten die Wahrheit sagen. Nicht? Nein. Warum? Der muss einen Anspruch haben. Und vor allem, es muss klar sein, dass er ein seriöser Journalist ist. Einer, der damit nicht Unfug anstellt, der nicht die Leute aufhitzt, der nicht Falschinformationen damit verbindet. Ich muss mir schon die Fragesteller genau angucken. Also zu dieser ganzen Finanzkrise habe ich meine eigene Auffassung. Das ist eine ähnliche Gefahr, wenn man darauf Rücksicht nimmt, wie die Finanzmärkte reagieren, wie Ratingagenturen steuern, wie wenn man als Politiker zentral in den wichtigen Fragen die Unwahrheit sagt. Weil nicht mehr das entscheidend ist, was richtig oder falsch ist, sondern was andere aus ganz Interessen des Profits für richtig oder falsch erklären, plötzlich dann richtig oder falsch wird. In Wirklichkeit haben Sie doch heute Nacht Stoßgebete gesprochen, damit es nicht zu neu beantwortet wird. Ich sage es so hart, weil es nicht stimmt. Die demokratischen Parteien haben keine Ähnlichkeit mit irgendeiner Bananenrepublik. Das ist wirklich eine abteuerliche Argumentation.